Heute im Kuhspiel ist der SV Sonnkamp, der Herzlichen Warnholz. Unsere Gäste spielen mit Bertram, Kohn, Wellmann, Wohrmeister, Schulz und Freiburg. Doppel 1 Bertram, Wellmann, Doppel 2 Kohn, Wohrmeister, Doppel 3 Schulz, Freiburg. Warnholz spielt mit Meinicke, Hoffmann, Frommage, Wegmeier, Kuhn, Köppenburg. Doppel 1 Meinicke, Hoffmann, Doppel 2 Frommage, Köppenburg, Doppel 3 Wegmeier, Kuhn, Kuhn, Baden Tüschel, hinter mir Meinicke, Hoffmann gegen Kohn, Wohrmeister und dort Bommage, Kloppenburg gegen Bertram, WM. Wir begrüßen euch mit einem einfachen Gut Sport. Vielen Dank, wir hoffen auf einige spannende und was immer käre Spiele. Wir bedanken uns für die freundliche Aufnahme hier in Warnholz mit einem einfachen Gut Sport. Applaus 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 Ja, jetzt machen wir es aus. Ja! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Vielen Dank. 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 Time out. Time out.